Es ist so, dass wir mit Gründung des Unternehmens, das ist ja schon sieben Jahre her, im Jahre 2010, im Januar, ich habe mich vorher sehr, sehr stark informiert. Sprich, ich habe mit Menschen gesprochen, die sehr wohlhabend geworden sind. Und mir ist eins aufgefallen, dass die reichsten Menschen der Welt, auch die ganzen Staaten, die sind zwar hoch verschuldet, aber eine Sache machen sie trotzdem immer richtig. Und zwar, dass diese Strategie, nennt sich Drei-Speichen-Regel, über Jahrhunderten von diesen fünf reichsten Menschengruppen genutzt wird. Sprich, das sind Juden, Ausland-Chinesen, Auslands-Armenia, Mormonen und Scientologen. Und ich sage immer, ob man die mag oder nicht, ist völlig egal. Es geht darum, haben die langfristig ihr Vermögen vermehrt, stabilisiert und über Generationen aufgebaut? Wird jeder sagen, ja. Und die ganzen reichen Menschen haben in der Regel immer Substanzwerte, die man greifen kann. Sprich, es sind Immobilien, vor allem Immobilien zur Kapitalanlage. Es sind immer diese ganzen Rohstoffe auf der Welt, sprich Metalle, Gold, Silber, Platin, Palladium, auch strategische Industriemetalle, die wichtig sind, dass die Welt so funktioniert, wie wir sie heute kennen im 21. Jahrhundert. Allein, dass wir ein Video hier machen und das aufnehmen, funktioniert nur mit strategischen Rohstoffen, sonst würde das nicht funktionieren. Und die dritte Speiche sind dann Beteiligungen. Und da kann man investieren, zum Beispiel direkt in Firmen, in Energie- und Infrastrukturprojekte, in Handelsgeschäfte. Handelsgeschäfte sowohl online, digital an der Börse, wo jeden Tag 4 Billionen Dollar gehandelt werden, oder offline, sprich die ganze Logistik. Es muss ja alles von A nach B gebracht werden, Schiffe, Flugzeuge, all diese Themen. Dann gibt es natürlich digitale Investments, es gibt alternative Zahlungssysteme, was hochinteressant ist, weil die Menschheit geht immer mehr in diese Abschaffung des Barzahlungsverkehrs, in diese digitale Welt. Ja, warum will man das? Ganz einfach, man will eine vollständige Kontrolle über das Geldsystem. Man muss es den Leuten schmackhaft machen, dass die sagen, wow, ist das toll, ich kann in Millisekunden Geld von A nach B transferieren, mit wenigen Kosten. Und wenn wir doch eh wissen, dass diese Entwicklung passiert, müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir uns vor dem staatlichen Geldsystem, ich sage das ganz bewusst, schützen. Und dazu brauchen wir losgelöste Geldsysteme. Was ein großes Thema ist, sind zum Beispiel Kryptowährungen, alternative digitale Währungen. Und das wird die Zukunft sein. Und dementsprechend bauen wir ein Portfolio auf, in diese Segmente. Cash Reserve ist auch immer wichtig, man sagt ja Cash is King. Und somit kann man langfristig sein Vermögen extrem ausbauen.